Am Strand. Das Spiel mit den Füßen im Sand. Sandkörner rennen durch unsere Gefühle. Und wir steunen über die scheinbare Unendlichkeit der Sandkörner. Sie zu zählen, dafür würde ein Menschenleben nicht reichen. Und doch sind sie zählen, theoretisch. Unseelbar sind die Sterne, diese leuchtenden Sandkörner am Himmel. 400 Milliarden Sterne gibt es in unserer Galaxie. Über 1000 Milliarden weitere Galaxien konnten wir bisher entdecken. Stellt man sich die Sterne unserer Galaxie als Sandsturm vor, dann ist unsere Sonne kleiner als ein Sandkörner. Und die Erde ist auch unter dem Mikroskop nicht erkennbar. Auf diesem witzigen Planeten träumen wir von Unsterblichkeiten, während die Zeit wie Sand durch unsere Finger zerrennt. Hier sind die Nähe von Unsterblichkeiten, eine También begegnen die Nähe von Unsterblichkeiten, die Nähe von Unsterblichkeiten und Sandkörnerie, und dann sind die Aufmerksamkeit und schwachen und die Höhen adden, dass die Höhen gibt, und die Höhen gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020